Sie wissen immer, wenn dieses Intro kommt, können Sie ein mega Schnäppchen machen. Und heute möchten wir uns an die von Ihnen wenden, die Neujahrsvorsätze genommen haben. Sich mehr zu bewegen, ein bisschen Rad zu fahren, vielleicht ein bisschen zu laufen. Aber aus dem Fenster schauen, es ist nass, es ist kalt, es ist Glatteis, es ist Schnee. Also machen wir es vielleicht nächstes Jahr. Nein, machen Sie es ruhig dieses Jahr, aber zu Hause im Warmen. Und heute haben wir zwei tolle Geräte da. Einmal einen Heimtrainer, genau den habe ich übrigens bei mir zu Hause stehen. Und ein Profilaufband, von dem Monika so begeistert ist. Aber es ist doch wichtig, dass man sich auch zu Hause ein bisschen bewegt, oder? Genau so ist es. Und genau deshalb würde ich sagen, wir sprechen eben nicht nur die Menschen unter Ihnen an, die sich Neujahrsvorsätze vorgenommen haben, sondern gerade auch Sie, wenn Sie sagen, ach, nee, brauche ich nicht, irgendwelche Ziele für 2024 erreiche ich eh nicht. Ja, diese Motivation oder dieser Mangel an Motivation, besser gesagt, das kennen wir alle. Irgendwie ist es viel zu mühselig, es fühlt sich viel zu mühselig an, mal den ersten Schritt zu machen, mehr Sport in den Alltag zu integrieren. Aber wir haben genau die richtigen Geräte, damit das ein leichtes wird und damit es sogar Spaß macht. Und das ist, wenn wir nicht viel Zeit brauchen, um loszulegen, wenn wir nicht unbedingt immer richtig anstrengend haben wollen, wenn wir es günstig haben wollen, wenn wir wetterunabhängig sein wollen, das hast du gerade gesagt, und wenn wir wenig Platzbedarf haben wollen. All das erfüllen die zwei Geräte, die wir Ihnen hier in dieser Neujahrs-Sendung mitgebracht haben. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt mal auch so ein bisschen den Drive, den so ein Jahresanfang mit sich bringt, auch mitzunehmen und dem gerecht zu werden. Ganz leicht funktioniert das zum Beispiel mit dem Heimtrainer. Ja, Ralf, das kannst du auch bestätigen, ne? Ja, natürlich. Also ich setze mich immer noch regelmäßig, nicht jeden Tag, aber regelmäßig drauf. Und das tut einfach gut. Schon allein für die Knie. Ich habe zurzeit wieder Knieprobleme. Ich habe hier rechts einen Meniskusschaden. Kraftaufwand, den kann man ja einstellen. Und die Bewegung tut dann auch gut. Vielleicht wissen Sie das auch. Knie, Hüfte, zwicken ein bisschen. Ja, aber die Bewegung an sich ist ja eigentlich Gelenkschmiere. Und Sie sehen, ich mache das sogar jetzt in den Straßenschuhen. Zu Hause mache ich das übrigens in Socken. Und du machst es vor dem Fernseher auch gerne, richtig? Richtig. Zum Beispiel am Wochenende, wenn der Sportclub spielt. Ich bin ja Sportclub Freiburg-Fan. Dann kann es auch mal sein, dass ich eine ganze Halbzeit drauf sitze. Ja, und siehst du, das ist motivierend, denke ich mir. Und da vergeht doch die Zeit im Flug. Jeder kennt das. Wenn Sie Pearl TV schauen, wie schnell dann plötzlich eine Stunde vergehen kann. Und hier sehen Sie mal, Sie brauchen hier keinen festen Platz einplanen. Sie klappen den einfach aus, dann den Sicherheitspinöppel da reinstecken. Dann ist das alles auch fest. Und auch wenn das so leicht und fluffig aussieht, wie Diana jetzt hier diesen Heimtrainer aufbaut. Das ist eine richtig tolle, stabile Qualität. Und auch eine Qualität, was die Sitzfläche angeht. Und haben Sie es gerade gesehen? Wir haben auch noch eine Rückenlehne mit dabei. Beides gepolstert. Und was ich auch ganz toll finde, sind diese Griffe rechts und links vom Sitzpolster, sodass Sie auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Sich nicht unbedingt immer nur nach vorne beugen müssen. Auch mal zurücklehnen können und trotzdem festen Halt haben. Auch hier die Handflächen, die sind auch mit dabei. Aber es ist auch drumherum gepolstert. Also eine super, super Qualität. Und es ist ein Highlight. Es ist ein sehr beliebtes Produkt, ein sehr beliebter Heimtrainer bei uns in der Moderatorengruppe. Weil du bist ja nicht der einzige, Ralf, der hier schon losgeradelt ist. Und es ist natürlich auch sehr beliebt bei unseren Zuschauern. Gerade jetzt und gerade jetzt ist es Ihre Chance, im Neujahrs-Sale hier super günstig einen hochwertigen Heimtrainer nach Hause zu bekommen. Also es ist kein Vergleich mit den Heimtrainern, die man noch von vor 20, 30 Jahren kannte. Wo das immer so wumm, wumm, wumm ging. Und so total unsanft war, total laut war. Hier hören wir gar nichts. Also das ist ein super angenehmes, flüssiges Radeln auch. Und deswegen ist der Preis hier so ein Hammer, muss ich sagen. Weil wir hier ja auch nicht nur einen Heimtrainer haben, sondern auch ein super übersichtliches Display. Also das ist total super. Ich drehe es mal zu Ihnen, dann sehen Sie es auch noch mal von der Seite. Also das ist wirklich super genial hier mit dem kleinen Bordcomputer. Dass ich auch mal ein bisschen Kontrolle habe, wenn ich mich zum Beispiel steigern möchte. Ich habe irgendwie festgestellt, okay, die 20 Minuten sind mittlerweile total flüssig. Könnte auch mal 10 Minuten drauflegen. So können Sie ja ein Jahr wunderbar gestalten. Und deswegen ist der Heimtrainer so toll, weil der für jedes Fitnesslevel, aber gerade auch, wenn man das Gefühl hat, ich habe überhaupt gar kein Fitnesslevel. Perfekt ist, weil Sie sich hiermit steigern können. Übrigens auch mit diesen Rädchen die Intensität steigern können. Also da müssen Sie schon ein bisschen härter in die Pedale treten, wenn Sie bis auf die 8 hochdrehen. Aber das bleibt Ihnen überlassen. Einfach mal den Anfang finden. Einfach den Anfang finden. Darum geht es hier bei diesem Heimtrainer. Und das ist wirklich ein leichtes. Also wenn Sie gesehen haben, ich zeige es Ihnen gerne nochmal, einfach hier den Sicherheitsstab raus und zack, kann ich das zusammenklappen. Zack, kann ich auf den Rollen ganz einfach das in die Vorratskammer stellen, hinter die Tür stellen. Was ich ganz wichtig finde, was du vorhin gesagt hast, ist eben auch die Rückenstütze. Also ich merke das selber, mit zunehmendem Alter wird das auch schlimmer, wenn man den ganzen Tag so oder die ganze Zeit so sitzt, hat man irgendwann mal Rückenschmerzen. Sie kennen das vielleicht auch. Hier, ganz entspannt einfach so nach hinten lehnen, rückmal anlehnen und trotzdem weiter die Knie in Bewegung halten. Und du hast es vorhin mit dem Display gesagt, man kann sich da wirklich tolle Ziele setzen. Entweder Strecke oder Zeit oder sogar Kalorien und den Puls kann man auch noch gleich im Blick behalten. Meiner liegt gerade bei 72, na, der steigt noch ein bisschen. 76, okay, da bin ich zufrieden damit. Also ich finde es toll und vor allem im Neujahrs-Sale zu diesem Preis. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von 370 Euro und Sie bekommen sie jetzt für 139,99 Euro. Ich sage Ihnen auch noch die Bestellnummer, das ist die NX 7902 und die 569. Und wenn diese Sendung vorbei ist, habe ich eigentlich mein Tagespensum schon gemacht, dann sitze ich hier 20 Minuten drauf und fühle mich wohl. Das ist auch wichtig und ich muss mich nicht groß vorbereiten und auch, ich bin zu Hause, ich kann das einfach mal so machen. So, jetzt sind wir aber weg vom Heimtrainer, jetzt kommen wir zu Monikas Liebling und das Erste, was sie gesagt hat heute war, da läuft man so weich drauf. Ja, genau. Moni, erzähl mal, du bist ja schon eine ganze Weile unterwegs. Ja, also ich bin ja auch schon öfter mit richtigen Sportschuhen drauf gewesen, war auch schon optimal. Heute wollte ich es mal ausprobieren, tatsächlich so barfußmäßig, nur mit meiner Strumpfhose. Und ich wollte einfach mal wissen, wie schön dieses Laufgefühl ist und ich bin richtig begeistert. Man federt hier wirklich richtig schön mit, das ist auch ganz gut für die ganze Muskulatur, für den ganzen Körper, wenn das nicht immer so in den Rücken knallt. Weil ich glaube, das ist für unsere Bandscheiben dann nicht so gut. Aber hier wirklich perfekt, das ist mir direkt aufgefallen, sogar besser als in meinem Fitnessstudio. Das ist das erste Qualitätsmerkmal, aber hier sprechen wir auch von einem Profi-Laufband. Und wissen Sie was, es ist nicht nur ein Laufband mit super vielen Funktionen, wie man es eben aus dem Fitnessstudio auch kennt, sondern Sie haben quasi hier ein ganzes Fitnessstudio mit dabei. Was macht ein super tolles Fitnessstudio aus? Ja klar, ich habe noch mal ein paar Geräte zur Hand. Ich will ja nicht nur meine Beine stärken und ein bisschen Ausdauer trainieren, ich will vielleicht auch mal den Oberkörper stärken. Die Hanteln sind mit dabei, sind auch super gut hier weggeräumt. Schauen Sie mal, da ist eine extra Halterung mit dabei. Jetzt werfen Sie mal gerne einen genaueren Blick auf das Laufband. Und hier haben wir gepolsterte Streben für Sit-Ups. Einfach Füße einklemmen, dann können Sie auch mal den Bauch ein bisschen trainieren. Und das Allerwichtigste nach einem guten, ausgiebigen Sportprogramm, darf auch mal weniger ausgiebig sein, wie Sie möchten. Sie haben es ja immer zu Hause, können es ja gestalten, wie Sie wollen. Eine Massage. Und hier haben wir einen Massagegurt. Das ist so super. Und ich glaube, Moni, du hast ja mal eine Auszeit verdient. Das wollen wir doch mal sehen, wie das hier funktioniert. Gerade wenn du auf dem Laufband unterwegs bist, du hast ja die Beine aktiviert, den Poppes so ein bisschen. Da wollen wir da auch mal ein bisschen für Erholung sorgen. Und dann kannst du nämlich ganz einfach hier in den Gurt rein. So, das stecken wir dann wieder da rein. So, guck mal, dann hast du auch richtig schöne Moppen, äh Noppen. Warte mal, ich drehe es mal kurz um. Gehen wir doch mal ein Stückchen da vorne. So, jetzt haben wir es am richtigen Fleck. Jetzt kannst du auf Start drücken. Oh. Das ist ja fantastisch. Ja, ne? Du kannst es auch so ein bisschen variieren. Also vom Poppes mal so ein bisschen an die Oberschenkel, wie du es gerade brauchst. Ach, das ist so fertig. Und du hast deinen Privatmasse hier mit dabei im Gerät. Das ist nicht der Wahnsinn. Ein Profigerät. Sie sehen das für den Preis. Sie haben hier nicht nur ein Profilaufband, sondern sie haben hier eine ganze Fitnessstation. Zu einem Preis. Der ist wirklich der Wahnsinn, oder? 499 Euro, 99 Cent. Wirklich, fantastisch. Der Preis ist bei 1.499 Euro. Also da sparen Sie schon über 1.000 Euro. Und bei Pearl.de auch schon sehr, sehr günstig mit. Sie sehen es knapp 737 Euro. Hier und heute im Neujahrs-Sale 499 Euro. Und das ist wirklich Profi-Qualität, Rebecca. Ja, definitiv. Das können wir uns auch gerne gleich nochmal hier im Studio anschauen, indem wir hier auf das Cockpit sozusagen schauen. Sie sehen, es ist mit vielen Knöpfen bestückt. Das hat natürlich alles seinen Sinn, aber alles wunderbar strukturiert. Ich kann die Steigung hier verändern. Ich kann hier die Geschwindigkeit natürlich verändern. Und ich habe hier ganze Fitnessprogramme vorprogrammiert. 12 Fitnessprogramme sind hier drin. Was ich total super finde, ist hier Programm 5, Gewichtsreduktion. Kann ich jetzt einfach anwählen. Programm 5 und dann wird das extra, das ist wie so ein Trainer, den ich hier mit drin habe, der mir dann sagt, Dieses Programm musst du jetzt erfüllen, um da dir was Gutes zu tun, beziehungsweise den Fettzellen so richtig auf dem Leim zu gehen. Und so haben sie zum Beispiel auch hier, was haben wir hier, zum Beispiel Bergsteigen haben wir auch noch als Programm mit dabei. Also das ist total super. Und Pulssensoren haben wir hier übrigens auch mit dabei. Ich habe überhaupt sehr, sehr guten und sehr viel Halt. Ich bin nicht ganz vorbildlich unterwegs, aber jetzt, das ist nämlich unser Sicherheitspenöppel. So, damit das Laufband auch entsprechend ausgeschaltet wird, sobald ich hier mal vom Laufband runtergehen sollte. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Wenn ich nämlich hier dran ziehe, dann geht das Laufband direkt aus. Also das ist total super. Hier ist an alles gedacht worden. Sogar Musiklautsprecher habe ich hier mit dabei. Ich kann hier meine Zeitschrift ablegen und kann dann nebenbei so im Pearl-Katalog blättern. Überhaupt gar kein Problem. Und wissen Sie was? Ich kann sogar dieses Laufband auch wieder zusammenklappen. Schau mal, wir haben hier eine Hydraulik. So ist das doch wunderbar aufgeräumt. Ja, natürlich. So nimmt das nicht so viel Platz weg. Und dann, wenn ich wieder loslegen will, ich muss nicht mal meine Sportschuhe rausholen. Ich kann barfuß aufs Laufband gehen. Ich kann mit den hohen Schuhen sogar aufs Laufband gehen. Aber schau mal, wie schön sich das hier absenkt, ohne dass ich irgendwas machen muss. Guck mal, ganz sanft. Der hat zum Schluss hier nochmal abgebremst. Das ist optimal für zu Hause. Das ist Ihr Mini-Fitnessstudio für zu Hause. Ultra effektiv, ultra günstig jetzt im Neujahrs-Sale. Und einfach eine ultra gute Sache, um sich selber was gut zu tun. Sie wissen es selber, wir brauchen alle ein bisschen mehr Bewegung eigentlich im Alltag. Und das macht auch richtig viel Spaß, wenn Sie ein Profigerät zu Hause haben. Das ist auch nochmal die ultimative Motivation hier zum Jahresbeginn. Wie gesagt, egal ob Sie sich den Vorsatz genommen haben oder nicht. Man muss auch nicht unbedingt gerade nach den Sternen immer greifen müssen. Es reicht der erste Schritt. Und wenn Sie hier den Neujahrs-Sale mitnehmen, dann haben Sie den ersten Schritt getan. Dann ist da nicht mehr viel zu überwinden. Dann haben Sie keine großen Hürden mehr, weil Sie haben es zu Hause. Jederzeit einfach ausklappen und los geht's. In Ihrem Tempo. Ganz so, wie Sie es mögen, ganz so, wie Sie es brauchen. Aber wissen Sie, Sie werden peu à peu merken, die positiven Effekte, die werden sich steigern. Also je häufiger Sie mal ein paar Minuten auf dieses Laufband gehen, sich dann noch belohnen nach jedem Lauf mit der Massage, dann wird es Schritt für Schritt auch immer weiter ein leichtes sein. Die Dopaminausschüttung, die Glückshormone, die kennen Sie ja, haben wir alle super gerne. Das wird peu à peu immer mehr werden, je häufiger Sie Sport treiben. Und um häufiger mal Sport in den Alltag zu integrieren, brauchen Sie die Leichtigkeit, einfach mal den Poppes aufs Laufband zu schwingen. Und die ist hier absolut gegeben. Du bist auch Fan, Moni, ne? Ja, ich bin wirklich richtig begeistert, allein weil man das einfach zu Hause machen kann. Man muss sich nirgendwo anmelden, das macht man vielleicht auch nicht so gerne, dann ist man vielleicht auch irgendwie über Monate gebunden. Dann sind vielleicht auch noch andere im Fitnessstudio, wo man vielleicht auch nicht so gerne möchte, dass die einen angucken beim Sport machen. Das kennen Sie bestimmt auch, ich kenne das von mir selber, ich mache das auch am liebsten zu Hause. Und hier mit diesem Laufband plus natürlich noch diesen ganzen anderen Funktionen, finde ich das super. Und vielleicht trainieren Sie auch gerne mit Ihrem Partner zusammen, vielleicht mit Ihrer Frau zusammen, mit Ihrem Mann zusammen. Weil einer kann ja hier wirklich aktiv sein auf der Seite und der andere, der läuft einfach, finde ich super. Auch zusammen macht es ja Spaß. So wie wir es gerade gemacht haben, genau richtig. Wir sind auch manchmal sportlich zusammen aktiv und es ist einfach was anderes. Da kann man sich gegenseitig nochmal so ein bisschen motivieren und mal sticheln. Der eine ist ja auf dem Laufband unterwegs, guckt dem anderen beim Sit-Ups machen zu und sagt so, hier komm, 5 gehen noch, 5, 5. Immer weiter und sich gegenseitig steigern, gegenseitig motivieren. Das ist einfach eine schöne Sache, wenn man es zu zweit nutzen kann. Vielleicht ist das eine wunderbare Investition, wo Sie mal jetzt, wo Sie gerade sitzen, zu Hause auf dem Sofa mal nach rechts gucken können, mal nach links gucken können zu Ihrer Frau, Ihrem Mann und mal einfach, ja, das wäre doch mal eine gute Sache, oder? Nehmen wir doch diesen Sale jetzt mit und tun uns zusammen was Gutes und stocken mal ein bisschen auf zu Hause mit etwas, was einfach einen super großen Nutzen hat, eine super Funktionsvielfalt. Ich finde das toll auf so kleinem Format. Und wirklich, mein Highlight ist ja immer wieder dieses Aufräumen. Ja, das ist wirklich super. Das ist wirklich Qualität, nicht nur im Funktionsumfang, sondern auch Qualität in der gesamten Ausführung. Also da ist genau an uns gedacht worden. An die Menschen, die Profi-Equipment schätzen, aber die einfach auch, ja, einfach einen guten Anfang finden wollen. Hier die Laufflächen oder die Stehfläche, Standfläche hier rechts und links vom Laufband, auch ein Sicherheitsaspekt. Also das finde ich auch total super, auch wenn wir hier ein schlankes Design haben, dass wir diese ganzen Möglichkeiten haben. Also wenn ich jetzt gerade hier loslaufe, drücke mal nochmal auf Start, geht ein Countdown los. Dann habe ich schön Zeit, mich bereit zu machen. Jetzt geht's los. Und wenn ich mal zwischendurch Erholung brauche von meinem Catwalk-Training mit hohen Schuhen, dann ruhe ich mich mal kurz hier aus. Das ist doch super. Also mir gefällt das wirklich richtig dolle, vor allem auch mit dieser Absenkung eben, wenn Sie es zusammengeklappt haben. Vielleicht wohnen Sie nämlich auch in einer Mietwohnung und dann soll das natürlich nicht immer auf den Boden knallen. Das ist, glaube ich, auch für die Nachbarn nicht so gut. Hiermit sind Sie wirklich leise unterwegs, also vielleicht auch nochmal abends einfach eine Runde nach dem Feierabend aktiv werden. Denn sind wir mal ehrlich, wir kaufen uns ja so viele Dinge im Alltag, aber ich finde die Gesundheit und der eigene Körper steht doch wirklich an erster Stelle. Dem braucht man das ganze Leben. Deshalb sollte man ein bisschen auch was für sich hier selber tun. Und ich glaube, hier im Neujahrs-Sale haben wir jetzt wirklich den fantastischen Preis für Sie. Denn hier liegt das bei nur 499 Euro und 99 Cent für unser 3-in-1-Profi-Laufband mit Fitnessstation. Also ich bin hier richtig begeistert. Ja, total. Also gerade auch, dass wir diese Steigungsmöglichkeit hier auch haben. Ich spiele da jetzt die ganze Zeit rum. Der kann dann auch so ein bisschen sich absenken dann nochmal. Dann ist es, wie wenn du einen Berg hochgehen würdest. Das ist auch überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit für den Preis. Das muss man schon sagen. Und das finde ich so schön, dass wir hier diese Qualität haben und diesen Funktionsumfang haben für den Preis. Also das ist total super. Da hast du alle... Also damit wird es dir auch nicht langweilig. Und das ist ja auch so wichtig. Gerade wenn Sie genau das gleiche Problem haben wie ich, ist es jedes Mal aufs Neue schwer, sich zu motivieren. Da ist es einfach schön, wenn man sich mal auf ein anderes Programm freuen kann als gestern noch. Und wenn es nur die 5 Minuten sind, die Sie auf dem Laufband waren. Wenn Sie jeden Tag vom Fernseher mal 5 Minuten machen, das ist auch schon so ein Riesengewinn. Und das ist toll, wenn wir auf ganzer Linie hier nur gewinnen können. Und gerade jetzt im Neujahrs-Sale haben Sie auch den großen Gewinn gemacht, dass Sie hier zum TV-Sonderpreis, der jetzt noch deutlich reduziert worden ist, sich so ein Laufband nach Hause holen können. Also das begeistert wirklich auf ganzer Linie. Ist eine reine Freude, weil es ist eben das kleine Fitnessstudio für zu Hause. Und das ist total super. Also du kannst auch mehr und mehr so ein bisschen Variationen reinbringen, zum Beispiel wenn du mir mal die Handel geben magst, Moni. Ja, gerne, oder? Guck mal, dann kann ich hier so ein bisschen zum Beispiel walken, die Arme schön mitnehmen hier mit dem Gewicht. So, dann habe ich den Oberkörper auch so ein bisschen aktiviert. Die sind wie gesagt auch mit dabei. Der Masseur ist mit dabei. Die Lautsprecherboxen sind mit dabei. Und die Sitterbank hatte ich. Also, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, weil es ist Wahnsinn, was Sie hier für den Preis alles nach Hause bekommen. Das ist wirklich fantastisch. Schauen wir doch nochmal auf den Preis bei Pearl.de, weil Sie sparen nämlich wirklich richtig viel. Und Ihr Preis bei Pearl.de ist bei 737 Euro. Aber Sie bekommen natürlich hier den fantastischen TV-Sonderpreis von 499 Euro und 99 Cent. Und Ralf, Dir gefällt das auch richtig gut, ne? Ja, natürlich auch Profilaufwand für alle, die gerne laufen. Für mich ist Fahrradfahren das Entscheidende hier. Ja. Und da habe ich mich schon dran gewöhnt. Und es geht mir gut, ja. Und Ihnen vielleicht auch. Jetzt entscheiden Sie sich. Aber hier, dass wir was machen müssen. Ich glaube, das ist gut. Je älter wir werden, desto mehr sollten wir uns zumindest ein wenig bewegen. Zu Hause ist das natürlich am günstigsten. Und jetzt entscheiden Sie, was für Sie das Richtige ist. Wenn es dieses Profilaufwand ist, dann ist die Bestellnummer die ZX 7065 und die 569. Kommt natürlich Porto und Versandkosten frei bis vor Ihre Hausdüre. Und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihren sportlichen Aktivitäten.